Work it harder, make it better, do it faster, makes it stronger, all that never, ever after our work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes it stronger. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Let's Play Together von dem Wikipedia Spiel. Und zwar gehen wir heute von dem Suchbegriff Robert den Vornamen auf. Oh mein Gott, ein Vornamen! Und gehen dann auf die Suche nach Rüsseltür. Rüsseltür. Ich habe beim letzten Mal hier schon den letzten gemacht. Ich muss meine R als HappyBong02 verteidigen, dass ich ja wenigstens auch mal was finde. Die beim letzten Mal sind ja zu dritt, den Gras kauf mir den HappyShadow und den Himmel. Gut, dann muss ich mal sagen, 1, 2, 1, starten! Oh mein Gott, oh mein Gott. So, ich erkläre es noch, die es vielleicht nicht verstanden haben oder die es noch nicht gesehen haben und jetzt erst zuschalten. Hier geht es darum, dass wir auf Wikipedia halt einen Begriff uns raussuchen, den wir finden sollen über einen Startpunkt. In diesem Fall ist es Robert, der Vorname. Und wir suchen hier heute Rüsseltür. So, wir dürfen nicht auf Zurückklicken hier oder neuen Suchbegriff eingeben. Wir gehen nur über die blauen Wirber. Jo. So, ganz einfach. Sag mal, hier, wie machen wir? Kann ich eigentlich irgendeine kleine Musik so im Hintergrund spielen lassen? So, wenn man was sucht, hier so eine kleine Musik? Also nur so ganz leise? Dann schneide ich nachher auch ein. Achso, gut, also nur mal so als vorherige Frage, nie. Da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Sommerreggebiet, Sprachen, Religion, Geschichte. Ich bin ein Mittelalter. Ja, Mittelalter wollte ich ja das nehmen. Nehmen, aber ne, dann... Oh, scheiße, ey. Äh, Religion. Oh, Religion, das kann was werden. Ähm, Elefant war doch hier, ähm, beiden Hindus, oder? War das die Buddhisten oder war das die Hindus? Nein, ich würde sagen, Hinduismus. Buddhismus war ja, ähm, Buddha, der Digga. Nö, mal reden. Jetzt hab ich den, jetzt hab ich den Schnamen, also. Hm, so, äh, Gottesbild, Hallöchen, Gottesbild. Scheiße, wie hieß der? Wie, wie haben die den genau? Oh, die haben doch einen Haufen. Götter, äh, wie hießen der mit, ohhh. Madagask. Muss ich mir mal durchlesen, oh, der Gegner ist neu. Vielleicht hätte man auch mal an einem Elefanten oder sowas namens Robert suchen müssen. Hattet wir auch. Oh, Mann, ey, scheiße. Sekten, Sekten, ey. Gibt's ein Bild dazu? Ne, das ist so eine Frau, indische Götter, oh, ja. Indisch, scheiße. Weltanschauung, Gesellschaft, religiöse, Kulturen. Kommt. Natur, das sieht doch schon mal gut aus. Natur. Mach mal. Oh, was ist das? Soviel ich weiß, gibt's da Elefanten, oder? In Indien? Äh, ja. Ah, scheiße, ich hätte doch auch auf indische gehen können. Ah, was steht denn da? Indischer Elefant. Indischer Elefant. Oh, nein. Oh, nein. Der hat's gleich. Versteht ihr, Rösset, hier? Ach, scheiße, ach, scheiße. Tugendhaft, oh, scheiße. Dieser Gott, wieso hat er hier nicht mit Indisch dastehen? Die war, Hinduismus. Okay, geh ich noch mal über Hinduismus. Äh, wo war das? Äh, wievielismus, Gottesbilder, Elefanten. Gottesbilder, äh, Indisch. Natur, Machen, Essen, Analysieren, Methoden, Klauen, Techniken. Indischer. Aufklima, das ist seltsam. Oh, okay. Indische Tierwelt, bitte. Oh, ja, Baby. Säugetiere. Schattierer, 2-0. Äh, Alter, das kann doch nie sein. Äh, doch, doch, das kann passieren. Hast du jetzt echt Rüsseltiere gefunden? Elefanten? Ähm, oh, ja, oh, ja. Ich war bei asiatischer Elefant. Vorher war ich in Indien. Und dann bin ich auf Elefanten und dann Rüsseltiere. Ähm, bist du dann über die Familie gegangen, oder was? Nur einfach auf den Griff Elefant. Und dann stand da, Elefant ist ein Rüsseltiere, oder so. Warte, ich guck grad nach. Ähm, Elefanten. Ähm. Rüsseltiere. Yes. 2-0. Also, weiter. Zweiter Platz, ja. 2-0, ey, ich bin letzter. Also, entweder ich hab einfach nur keinen Plan davon, aber ich find das auf keinen Fall. Okay, jedenfalls, äh, würde ich sagen, die, äh, Verabschiedung machen wir kurz und knackig, Leute. Was hat euch gefallen? Abonnieren, kommentieren, und so weiter. Jo, macht's gut, Leute. Und, ja, viel Spaß beim nächsten Mal. Wenn ihr wieder einschaltet bei... Wikipedia! Zocken! Mit uns. Okay, haut rein. Bye, Leute. Ciao. 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 Ciao.